Ich lerne Deutsch. Nummer 4547 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Der Motor läuft nicht mehr. Anna braucht einen Automechaniker. Der Motor läuft nicht mehr. Anna braucht einen Automechaniker. Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat Dich auf die Idee gebracht? Wer hat Dich auf die Idee gebracht? Gib Deinem Fahrrad die Pflege, die es verdient. Du kannst es auch zu mir bringen. Stein, Schere oder Papier? Wer wird wohl heute gewinnen? Stein, Schere oder Papier? Wer wird wohl heute gewinnen? Schließe Augen und Mund, drehe den Kopf nach rechts und lege die Hände auf den oberen Teil des Brustbeins. Schließe Augen und Mund, drehe den Kopf nach rechts und lege die Hände auf den oberen Teil des Brustbeins. Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Bitte reiche mir den grünen Flaschenöffner. Bitte reiche mir den grünen Flaschenöffner. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Kronleuchter. Während steht.